Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS17. Hier in der letzten Folge waren wir zusammen mit Beate, Jason und Noob Game dabei, hier schon mal die Pferde anzusehen und zu grubbern und zu düngen. Und in dieser Folge bin ich nochmal allein unterwegs. Und in dieser Folge werden wir uns erstmal darum kümmern, dass der Trecker hier wieder, na gut, wie machen wir das? Wir kümmern uns erstmal um, wo haben wir, um den hier. So, und zwar holen wir jetzt schon mal die Gülle ab. So, erstmal machen wir hier, wie das hat, an. So. Gucken wir mal, ob wir das hier irgendwie hinbekommen. So. 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 Einmal die Leerpunkte. So. So. Wir machen mal Allrad an. Die Zeit setzen wir mal auf eins runter. Die Zeit setzen wir mal auf eins runter. So, einmal hier rückwärts rein. Der ist ja gleich schon wieder voll. Okay. 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 So. 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 Dann müssen wir hier gleich nochmal hinfahren. Dann bringen wir das erstmal zum Hof. Okay. So. 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 all. So. Das sinds! So. 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 Das machen wir anders. Damit das nicht so aussieht, jetzt wollen wir das hier auf dem Beton kippen. Oh Mann! Oh ja. Oh. 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 also mit dem Lernfass kommt aber satt zurecht der kleine Finn . Vielen Dank. 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 So... ... 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 Wanns... ... ... haben erst mal 5000 kostet 1 das heißt wir müssen uns ein kredit von 25.000 aufnehmen dann haben wir hier vier schafe hol habe ich gerade gesehen haben wir sogar noch da können wir schafe kaufeln und dann würde ich auch schon wieder sagen das was für heute wenn es euch gefallen hat dann das doch ein daumen nach oben da ist noch eine säcke und wer noch nicht abonniert hat kann auch gerne kostenlos abonnieren wir würden uns wie immer sehr darüber freuen also man sieht sich dann beim nächsten mal bis denn und schluss